Idealism prevails. Make the world a better place. So, wir sind heute hier bei der EIKE Klimakonferenz. Machst du vielleicht kurz erzählen, was so dein Spezialgebiet ist, womit du dich beschäftigt hast und noch beschäftigst? Und ja, genau, einfach eine kurze Vorstellung. Ja, also ich möchte nur sagen, ich bin vor meiner Ausbildung ja Physiker. Habe vor allem Strahlenphysik gemacht, meine Doktorarbeit. Habe dann auch in den USA einen großen Teil meiner Doktorarbeit gemacht. Habe dann beim Europäischen Kernforschungszentrum gearbeitet. Bin aber jetzt schon seit fast 30 Jahren nicht mehr in der akademischen Forschung tätig, sondern seit 25 Jahren selbstständiger Unternehmer im Bereich Medizintechnik. Beschäftige mich aber nach wie vor seit mindestens 20 Jahren mit dem Klima, weil mir das schon vor 20 Jahren so vorkommen ist, dass da einiges nicht stimmen kann, was wir da hören von den Massenregeln. Und ich halte seit über einem Jahr Vorträge in Österreich zu dem Thema. Ziemlich viele, auch im Ausland, auch in Deutschland, in der Schweiz, auch in Slowenien. Und ich freue mich, dass ich heute da bei dieser Konferenz eingeladen bin, auch einen Vortrag zu holen. Was sind so die Hauptthemen, mit denen du dich beschäftigst? Also beruflich sind es medizinsthechnische Geräte, wo ich immer wieder neue Sachen entwickle. Speziell auch mit Licht, mit Laser. Und im Bereich Klima ist es eigentlich sehr allgemein, weil ich eben Vorträge halte, die sollen ja wissenschaftlich total fundiert sein. Und da bin ich also mit viel Aufwand dran, seit ungefähr drei Jahren, für ganz massiv die wissenschaftliche Literatur zu erarbeiten, auf einmal die neuesten Ergebnisse. Und da natürlich insbesondere von den Wissenschaftlern, die nicht vom Staat finanziert werden und nicht von den Gruppen, die also die allgemeine sogenannte Klimawissenschaft finanzieren. Was ist so das Hauptnarrativ, das du kritisierst? Also was wird uns falsch erzählt? Wo müssen wir genauer hinschauen? Wo müssen wir hinterfragen? Das Hauptnarrativ lässt sich ganz einfach sagen. Das Hauptnarrativ lautet, das vom Menschen verursachte CO2 bewirkt die Klimaerwärmung. Und das ist schlicht und einfach in dem Umfang überhaupt nicht richtig. Der Mensch hat einen gewissen Einfluss mit seiner CO2-Emission aufs Klima. Also die Temperaturen steigen etwas. Aber die IPCC-Modelle, die haben das als einzigen oder den allerwesentlichsten sogenannten Klimaantrieb, haben die vom Menschen verursachte CO2 drin und vernachlässigen viele andere Mechanismen, die auch zu einer Erwärmung führen. Es erwärmt sich momentan, das ist richtig. Wir haben Klimawandel seit hunderten Millionen Jahren. Und vielleicht da nur angemerkt, zur Zeit der Dinosaurier, vor circa 150 Millionen Jahren, war es um zehn Grad wärmer als heute. Zehn Grad. Und uns wird jetzt eingeredet, wenn die Temperaturen um 1,5 Grad steigen, dann gehen wir in die Klimahölle. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Zur Zeit der Dinosaurier hatten wir das, bei zehn Grad höher hatten wir das Klimaparadies, weil da hat es so großes Pflanzenwachstum gegeben wie überhaupt nie zuvor und danach. Also das ist eigentlich das Narrativ, aus dem alles andere dann aufbaut. Wir Menschen angeblich verursachen diese Erwärmungen, die wir in den letzten zum Beispiel 150 Jahren sehen. Wir haben einen Anteil, aber der ist eigentlich eher gering. Vielleicht an diesen ungefähr ein Grad Celsius, die wir in den letzten 150 Jahren verzeichnet haben. Da hat der Mensch vielleicht einen Anteil von einem Drittel, wenn es hochkommt. Und der Rest kommt, und das ist ganz wichtig, das haben wir auch jetzt vorbeinem Vortrag gehört, kommt von den Veränderungen der Sonne. Genau, Thema Sonne. Wie viel Einfluss spielen Sonnenstürme und Sonnenflecken? Welchen Einfluss haben die eben auf unser Klima, auf Klimaveränderungen, auf Hitzewellen? Wie kann man das zusammenfassen? Also jetzt sind einige Dinge durcheinander gemischt worden. Also eine Hitzewelle ist nicht ein Klimaphänomen. Das ist ein Extremwetterereignis, auch wenn es über längere Zeit andauern kann. Also ich benenne das langfristige Wetterphänomene. Und es wirkt bei uns leider in den Medien immer, wenn wir zwei Wochen jetzt höhere Temperaturen haben, sagen wir mal über 32 Grad, dann ist das gleich eine Hitzewelle. Und da wird sofort behauptet, und das ist ein Hinweis auf den Klimawandel. Dazu muss man schon erinnern, also Klima ist, obwohl die Definition nicht ganz korrekt ist, zumindestens der Durchschnitt über 30 Jahre. Also das Klima kann sich nicht im Jänner anders verhalten als im Februar, sondern man könnte jetzt 30, 40 Jenners miteinander vergleichen und sagen, hat sich nach 30 bis 40 Jahren im Jänner was geändert? Und das würde ich vor allem auch hier in Österreich in den Massenmedien haben. Wenn da irgendein Tag ein bisschen wärmer ist, dann heißt es sofort, das ist ein eindeutiger Beweis für den Klimawandel. Das ist das eine. Und das war nur die Abgrenzung, weil eben faktisch alles, wenn es ein bisschen wärmer wird oder die Temperaturen oder auch irgendwelche Extremwetterereignisse da sind, dann ist das sofort Klima. Wenn es aber wie jetzt zum Beispiel, den Mai war bei uns in Österreich unglaublich kühl über längere Zeit, da wird das Wort Klima überhaupt nicht in den Mund kommen. Das gibt es eine sehr einseitige Bezeichnung von gewissen Phänomenen. Das eine ist das immer sofort Klima und im anderen Fall fällt das unter den Tisch. Um eben diese Vorhersagen zu treffen, wie es mit dem Klima scheinbar weitergeht, eben Anstieg von so und so viel Grad über die nächsten fünf Jahrzehnte, sechs Jahrzehnte, da gibt es ja bestimmte Modelle, die versuchen das vorherzusagen und auch experimentelle Designs. Wie sehr kann man denen glauben? Ja, da gibt es ein riesengroßes Problem. Also es gibt da eine Kenngröße, die kritische Kenngröße, die nennt sich Klimasensitivität. Das ist schlicht und einfach die Temperaturerhöhung, wenn sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre verdoppeln sollte. Das ist also ein rein theoretischer Wert. Und da weichen die Angaben der unterschiedlichen Wissenschaftler extrem voneinander ab. Die einen sagen, das wird ungefähr 0,4 bis 0,5 Grad sein bei Verdoppelung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre und andere sagen vor allem IPCC zwischen 1,7 und 6,5. Also ich meine, schon allein beim IPCC ist das eine enorme Spannbreite. Und da werden eben unglaublich viele Computersimulationen gerechnet, sogenannte Szenarien. Die werden dann immer gleich als Vorhersage verkauft, was sie nicht sind. Das sind bestenfalls auf Englisch Projections. Also man nimmt an, dass es in der Zukunft so weitergeht. Weil ein Szenario ist ja nichts anderes als eine Computersimulation unter gewissen Annahmen. Und da also war das entscheidende Problem, man kann ja sofort solche Klimamodelle prüfen. Man kann schauen, können die Stimmen, wie macht man das? Ganz einfach, man vergleicht die Modelle mit dem, was in der Vergangenheit war. Man schaut einfach, wenn das Modell stimmen sollte, wie gut beschreibt das die tatsächlichen Temperaturverläufe, die wir seit ungefähr 1850 tatsächlich haben. Und da sieht man, die IPCC-Modelle beschreiben das nicht sehr gut. Vor allem die beschreiben viel zu hohe Temperaturenstiege in der näheren Vergangenheit und jetzt in die Gegenwart hinein. Weil die IPCC-Modelle einfach die Veränderungen durch die Sonne nicht richtig drinnen haben. Ja, also die IPCC-Modelle haben im Wesentlichen Klimatreiber ist eben CO2 durch den Menschen. Und selbst das ist eigentlich nicht korrekt, weil wenn wir Anstieg des CO2 in der Atmosphäre feststellen, und das tun wir, der ist ziemlich gestiegen in den letzten, kann man sagen, 50, 60 Jahren, dann heißt das aber noch lange nicht, dass das durch den Menschen alleine verursacht ist. Es ist nicht nur das Verbrennen von fossilen Brennstoffen, die zu einer Erhöhung von CO2 in der Atmosphäre führen, da gibt es so einen gewissen Anteil, aber es gibt natürliche Prozesse auch, die das auch tun, zum Beispiel das Ausgasen der Ozeane. In denen ist ja CO2 gelöst und wenn die Ozeane sich erwärmen, und das tun sie ganz langsam, dann geht einfach Gas aus den Ozeanen in die Atmosphäre. Das ist der wesentlich größere Anteil an diesem CO2-Anstieg. Das Argument ist aber zum Beispiel auch, dass in Russland quasi der Permafrostboden auffriert und dadurch auch Gase entweichen, die dann dazu führen, dass eben die Gaskonzentration in der Atmosphäre steigt und dadurch in Summe oder in Folge dann die Temperaturen auch steigen. Also dieses Gas, um das da jetzt geht, ist das Methan. Ja. Und da sollte man sich einfach nur die Zahlen vor Augen halten. Was nämlich total unter den Tisch fällt in der Diskussion, das mit Abstand wichtigste Treibhausgas ist Wasserdampf. Weil Wasserdampf ist ungefähr 30 Mal so viel in der Atmosphäre wie CO2 und Methan ist ein zweihundertfünfzigstel vom CO2. Methan ist 1,7 ppm, also 1,7 Teile pro einer Million. Also von einer Million Molekülen in der Atmosphäre sind im Durchschnitt 1,7 Methan, CO2 420 und Wasserdampf 10.000. Und die Gase haben alles eines gemeinsam. Das sind Gase, die Infrarotstrahlung absorbieren. Man nennt sie daher als infrarotaktive Gase. Und Methan, ein einzelnes Methanmolekül ist schon sehr aktiv. Aber die Menge ist unglaublich gering. Das muss man sich einmal ausrechnen. Ein zweihundertfünfzigstel von CO2. Und CO2 ist wiederum ungefähr ein Dreißigstel von Wasserdampf. Also wir liegen bei einem siebentausendstel von Wasserdampf. Und es gibt genügend gute Arbeit. Und einer der Vortragen, heute wird ja der Will Hepper von Princeton sein. Der hat ja ganz genau diesen Effekt von Methan gezeigt in seinen Grafiken. Und das sieht man faktisch nicht. Die sieht man nur deshalb, die Kurve, weil sie unterschiedlich eingefärbt ist. Und da sieht man eine Verdoppelung des Methangehaltes. Das ist im Hundertstelgradbereich. Wenn sich das Methan verdoppeln würde, na ja gut, und wenn die Klimafrostböden in Russland auftreten, dann dauern sie halt auf. Und dann kann es sogar durchaus sein, dass da große Mengen Methan in der Atmosphäre gehen. Aber es gibt andere Arbeiten, die rechnen aus, was passiert, wenn sich der Methangehalt vervierfachen würde. Das ist schon ganz enorm. Und dann ist das halt bei einem Zehntel Grad, das ist dann der Temperatureffekt in der Atmosphäre. Also da wird einfach mit eigentlich, das ist zwar nicht falsch, dass Methan ein sehr guter Infrarotabsorber ist, aber man muss ja das immer im Zusammenhang stehen, wie viel Gas ist denn, also wie viel Methan ist denn in der Atmosphäre? Und das ist einfach unglaublich wenig. Und damit ergibt es einen unglaublich geringen Effekt. In der öffentlichen Diskussion wird ja eigentlich immer vom Klima gesprochen. Was ist mit Umweltzerstörung? Was ist damit, dass eben Regenwälder abgeholzt werden? Warum wird das nicht erwähnt? Ja, das ist überhaupt besonders interessant, vor allem in Deutschland. Also die Grünen waren ja früher eine Umweltschutzpartei. Umweltschutz, nicht Klimaschutz. Und wenn man sich jetzt anschaut, wenn so ein Windrad errichtet wird, das hat ja so eine Säule von ungefähr 200 Meter Höhe. Das muss ich vorhin dann legen. Dann ist da oben ein Rotor dran mit einem, die Flügel haben eine Länge bis zu 80 Meter. Da muss man sich ja vorstellen, was da für ein Druck wirkt. Oben der Propeller, dann 200 Meter, was das für einen Hebel macht. Es brauchen die massivsten Fundamente, dass das nicht umfällt. Ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausend Tonnen Beton da unten eingegossen werden müssen. Die lassen sich nie mehr wieder entfernen, diese Betonfundamente. Die sind massivst. Und natürlich, weil jeder weiß, wie Beton, da braucht man Zement. Und wie erzeugt man Zement? Man brennt Kalk. Kalk ist ja ein Calciumcarbonat, CaCO3. Das brennt man und dann wird CaO draus und da gibt es CO2 abgegeben. Das heißt, in doppelter Hinsicht wird jetzt CO2 da bei der Produktion frei. Erstens muss man die hohen Temperaturen erreichen, dieser Brennöfen. Die liegen so bei 1400 Grad. Also braucht man da ordentlich Gas oder womit man es befeuert. Meistens ist es Gas. Das produziert einmal schon CO2 und dann brennt man den Kalk aus. Da gibt es ja irrsinnige Mengen an CO2 auch. Und alleine, wenn man sich jetzt die CO2-Bilanz dieser Windräder anschaut, wo dann auch, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Kupfer drinnen sind. Das muss ja auch als das Kupfererz gewonnen werden. Das Erz muss transportiert werden. Dann gibt es einen Prozess, wie aus dem Kupfererz Kupfer wird. Das ist alles extrem energieintensiv. Und da gibt es eine sehr gute Arbeit oder eigentlich eine Antwort von einem Professor, der hier nicht vorträgt, vom Professor Hade aus Deutschland. Der hat ja auf diesem CO2-Reduktionsgesetz in Deutschland 2021 an den Bundestag eine Stellungnahme geschickt, wo er genau ausrechnet, wenn wir auf fossile Brennstoffe verzichten würden, komplett, net zero, und alles durch Wind und Solar ersetzen würden, wie viel CO2 die Produktion dieser Infrastruktur, sowohl der Windanlagen als auch der Fotopaneele, der PV-Paneele, plus die Speichertechnologie, plus die Kabel. Da müssten Millionen Kilometer Kupferkabel verlegt werden in Deutschland, weil ein Windrad ja nicht so viel liefert. Also das liefert vielleicht sieben Megawatt Spitzenleistung. Es ist das, was das maximal liefern kann. Und wenn kein Wind weht, dann liefert es nicht. Also ganz, ich habe ausgerechnet, man würde 1,5 Millionen Windräder brauchen. 1,5 Millionen Mal diese Betonpfeiler, plus 1,5 Millionen Mal das Filet Kupfer. Dann haben die auch speziell gute Magneten, wo man sogenannte seltene Erden verwendet. Das wird in Kongo in Sklavenarbeit, in Kinderarbeit gewonnen. Und ist auch unglaublich energieintensiv, dass man dann aus dem Erd setzt, das geniehen. Oder ausgerechnet diese ganzen, wenn man das jetzt so macht, diese erneuerbaren Energien, die müssten mindestens 13 Jahre laufen, dass einmal der CO2-Rucksack, wie das bezeichnet wird, also das zusätzliche CO2, was produziert wird, wenn die errichtet werden, sowohl die einzelnen Anlagen, als auch die Vernetzung über die ganzen Stromkabel, müssen die 12 bis 13 Jahre laufen, wenn man mit der CO2-Rucksack abgebaut ist. Und dann ist die Lebensdauer, von denen wie lange, naja, so ein Windradflügel, das ist ja ein ganz, ein Eboxi-Gasfaserverbund, die werden spröde, und die sind nach 15 Jahren kaputt. Und der ist ja ganz zynisch, und deshalb aus dem Grund hat er jetzt verstanden, was erneuerbare Energie heißt. Immer dann, wenn der CO2-Rucksack abgebaut ist, dann muss man die schon wieder erneuern. Dann gibt es auch jede Menge schädliche Wirkungen durch diese Windräder zum Beispiel, weil die senden ja zum Beispiel Infraschall auf. Das ist extrem geschädlich für unsere Organe. Und auch die Offshore-Windparks, die es gibt, die bringen die Wale um, weil die Wale sind ja extrem empfindlich auf Schall. Und früher war Greenpeace und diese ganzen Leute haben die Wale gerettet und jetzt werden Anlagen errechnet, wo die Wale sterben. In großer Menge. Auch die ganzen Vögel, die die Windräder nicht erkennen, die dort abgetötet werden, wenn die mit den Windradflügeln kollidieren, da ist plötzlich der Umweltschutz überhaupt nichts mehr. Bei uns in Österreich haben wir ein Projekt, da werden riesige Wälder im Norden von Österreich abgerolzt, damit wir dann CO2-neutral unter Anführungszeichen dort Windkraftanlagen inbauen. Also der Umweltschutz zählt überhaupt nichts mehr. Es wird nur mehr Klimaschutz betrieben und Klimaschutz ist nicht Umweltschutz und die Grünen waren einmal eine Umweltschutzpartei. Und das sind jetzt eine reine, ich sage das ganz hart, eine Sekte von Klima-Fanatikern. Hast du eine Lösung, wie es eigentlich aussehen sollte? Also wie sollten wir unsere Umwelt und Klimapolitik betreiben? Wir können auf Klimaschutz komplett verzichten. Wir sind nämlich klimaleutral. Das geringe CO2, was wir zusätzlich in die Atmosphäre einbringen, das sind zwar Hilfe, Hilfe, 36 Milliarden Tonnen pro Jahr. Nur die Natur gibt ungefähr 420 Milliarden Tonnen jedes Jahr ab an die Atmosphäre. Das muss man mal in Relation sehen. Und es sind 3500 Milliarden Tonnen, das sind in der Atmosphäre. Es ist also knapp über ein Prozent von dem CO2, was sich in der Atmosphäre bereits befindet. Das trägt der Menschen bei. Das könnte zu einer Erhöhung führen. Und da wird jetzt ganz eine falsche, wie soll ich sagen, ein Narrativ gepflegt. Das heißt nämlich, dass CO2 akkumuliert in der Atmosphäre. Also selbst wenn wir nur ein Prozent jedes Jahr beitragen, es ist über ein Prozent. Nach 60 Jahren haben wir das CO2 verdoppelt, weil das bleibt verweildauerhaft das IPCC, das CO2 angeblich hunderte Jahre. Und da gibt es genügend wissenschaftliche Artikeln. Ich habe jetzt vor kurzem gerade wieder einen gefunden. Die haben also sich das genau angeschaut. 47 wissenschaftliche Arbeiten gehen davon aus, dass das CO2 zwischen 3 und 15 Jahren in der Atmosphäre verbleibt. Das ist auch ganz einfach. Wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt, dann nimmt die Photosynthese der Pflaster einfach dramatisch zu. Die holen einfach wieder mehr CO2 heraus. Und das Zweite, was ich schon erwähnt habe, wenn CO2 mehr in der Luft ist, dann geht mehr CO2 in die Weltmeere hinein. Das geht nicht. Wenn wir also jetzt, sagen wir mal, angenommen, wir würden 100 Milliarden zusätzliches CO2 in die Atmosphäre einbringen, sagen wir mal nach drei Jahren, dann heißt es nicht, dass da 100 Milliarden Tonnen der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt, weil da sofort die Photosynthese hinauf geht und holt einfach entsprechend viel heraus. Also die Kurve geht nicht so hinauf, sondern die flacht immer weiter ab, wird immer flacher. Und das ist also dieses Budget, dass wir da ein CO2-Budget hätten und das ist schon zu zwei Drittel ausgeschöpft und jetzt haben wir nur eine ganz beschränkte Zeit, weil wenn wir die 100 Prozent haben, dann gehen wir in die Klimahölle, weil dann erreichen wir angeblich einen Kickpunkt und das ist auch so ein, würde ich sagen, so ein Schlagwort. Das ist alles nicht durch wissenschaftliche Fakten belegt. Also wenn man sich die CO2-Emissionen sich anschaut, wenn wir jetzt, wie gesagt, zusätzliches CO2 hineinbringen, dann bleibt das eine relativ kurze Zeit drinnen und geht dann eben heraus. Es gibt genügend Prozesse, die das sofort wieder herausführen. Wenn wir jetzt davon sprechen, was eben alles getan wird, auch politisch, Einschränkungen für die Menschen, CO2-Steuer, CO2-Abgaben und so weiter, gefährdet eben diese Klimaagenda auch unseren Wohlstand? Ja, ganz offensichtlich. Ich meine, das sieht man in Deutschland bereits. Also wenn da die gesamte Industrie, die chemische Industrie zusperrt, die Zementindustrie abwandert und das ist nicht versehen, das ist allen bekannt. Das weiß man ganz genau. Das ist eine ganz bewusste Strategie, aus meiner Sicht, um die Deutsche Wirtschaft zu machen, zu deindustrialisieren, wie das so schön heißt. Und der Punkt ist, in Deutschland CO2 einzusparen, ist in der realen Hinsicht eine vollkommen absurde Strategie. Erstens einmal ist die große Frage, hat CO2 überhaupt, hat eine weitere Steigerung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre wirklich den dramatischen Effekt? Und das verneinen nicht nur ich, das verneinen ja viele Wissenschaftler. Wie gesagt, wenn sie sich verdoppeln würde, das CO2, hätten wir eine Temperaturhöhung von vielleicht 1 Grad Celsius. Und ich habe es schon erwähnt, also zur Zeit der Dinosaurier war es dramatisch wärmer als jetzt. Also wo ist da eigentlich das Problem, wenn es um ein, zwei Grad wärmer wird? Das Zweite ist, Europa, gesamte EU emittiert nicht einmal mehr 7 Prozent der gesamten Treibhausemissionen der Welt. China liegt bei fast 35 Prozent mittlerweile. Und letztes Jahr war ja die COP28, Conference of the Parties in Dubai. Und ich habe mit dem ehemaligen Delegationsleiter von Österreich gesprochen und habe ihn gefragt, zählt China als Industrieland oder als Entwicklungsland? Und die zählen als Entwicklungsland. Das heißt, da liegen keinerlei Beschränkungen. Die produzieren schon jetzt 35 Prozent des gesamten CO2s. Und in China werden zur Zeit ihrer 240 Kohlekraftwerke gebaut. Das heißt, bei denen gehen die Emissionen gewaltig in die Höhe. Und selbst wenn Europa auf Null das reduzieren würde, Net Zero, wenn wir also von diesen ungefähr 2,8 Milliarden Donnern, die die EU emittiert, auf Null gehen würden, das ist das, was China in den nächsten Jahren zusätzlich produzieren wird. Und auch Indien zum Beispiel, mittlerweile der drittgrößte CO2-Emittent, die haben ihren CO2-Ausstoß in den letzten 30 Jahren versechsfacht, liegen jetzt an dritter Stelle. Nur mehr USA ist größer und die sind ziemlich konstant. Und wenn wir da jetzt alles auf Null fahren, das hat auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre genau überhaupt keinen Einfluss. Also selbst wenn man jetzt dem Narrativ folgen würde, dass CO2 tatsächlich diese furchtbare Eigenschaft hat, dass wir alle verkochen, wenn Europa da was macht, das ist Fleißaufgabe. Und es ist ja, die USA haben ja Kyoto nie unterzeichnet, Kyoto-Protokoll, die spielen nicht mit. Die sind immerhin mit 5,5 Milliarden Tonnen der zweitgrößte Emittent. Für die Entwicklungsländer gilt es nicht. Also im Endeffekt, wer trägt denn die ganze finanzielle Last? Das ist aus meiner Sicht ein reines Umverteilungsinstrument von den reichen Industrieländern Europas hin zu, da weiß man gar nicht, wo eigentlich die Gelder wirklich landen. Wir haben ja gerade den Skandal da, dass diese ganzen Klimaforschungsprojekte in China offensichtlich komplette Betrugsmodelle sind, wo dann das Geld da, ich glaube, man redet von 4,5 Milliarden in Deutschland, die nach China überwiesen wurden und kein Mensch weiß und wofür sind das eigentlich verwendet worden. Und das sind keine Peanuts, ja, 4,5 Milliarden. Das nur zu diesem Thema. Ist das politische Dummheit? Nein, das ist überhaupt nicht dumm, das ist Absicht. Also so dumm kann man gar nicht sein. Man sieht ja auch sofort, jeder Wissenschaftler oder auch Nichtwissenschaftler, der eine Meinung vertritt, die jetzt nicht diesem Narrativ dem Gewünscht entspricht, wird er sofort verunglimpft, beschimpft. Also auch ich bin ja hier in der Presse ausgesetzt unglaublichen Angriffen, die teilweise aus meiner Sicht sogar rechtlich relevant sind, wegen Ehrenbeleidigung oder Kreditschädigung und das wird ja alles geduldet. Doch ganz im Gegenteil. Wir haben ja gehört, diese Konferenz hat in Deutschland gar nicht stattfinden können, weil da einfach irgendwelche Bürgermeister, ich frage mich, auf welcher Rechtsgrundlage, einfach die Veranstaltung verbieten. Das kann ein Privat auf seinem, wenn das ein Gast wird, oder einer, der eine große, was ich weiß nicht, eine Halle besitzt, wenn es seine private Halle ist, kann er das machen. Aber die Frage, das ist ja nicht das Privatbesitz des Bürgermeisters, sondern das ist ja ein öffentliches Gebäude, mit welchem Recht verbietet der jetzt gewisse Meinungen und man sieht ja, dass es überhaupt nicht um Wissenschaft geht. Wieso ist jemand, der sagt, Moment einmal, jetzt müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, der Einfluss der Sonne ist wesentlich stärker als in den IPCC-Modellen. Wieso ist das ein Rechtsradikaler? Was ist daran rechts, bitte? Oder ein Nazi? Nur deshalb, weil er sagt, bitte, die IPCC-Modelle sind nicht korrekt, sie haben die Sonne nicht korrekt drinnen, nämlich praktisch gar nicht. Also das ist alles gewünscht. Es ist ja bei uns in Österreich auch schon sehr stark wieder eben und andere Meinungen unterdrückt werden, aber in Deutschland geht das ja ganz hart zur Sache. Vielen Dank für das Interview. Make the world a better place. Däu'n 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 Vielen Dank.